Es passiert mitten im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ein Rapper wird von sieben Kugeln getroffen. Anwohner filmen den Polizeieinsatz am Tatort, jegliche Hilfe kommt jedoch zu spät. Um 21.26 Uhr amerikanischer Zeit, am Muttertag, passiert es. Schüsse hallen durch die Windchop Street. Der 21-jährige Rapper Nick Blixey wird getroffen. Ein Rettungswagen bringt ihn wenig später ins Krankenhaus, die Ärzte dort können ihn jedoch leider nicht mehr retten. Am 3. Juni wollte er eigentlich sein erstes Mixtape Different Timing rausbringen. Über die Täter gibt es noch keine Info. Die Polizei gibt bekannt, bisher wurde niemand verhaftet. Auch das Motiv für den Mord ist komplett unbekannt. Sie haben ihn verhaftet. Sie hat den ganzen Tag zur Nähe. Sie haben ihn verhaftet. Sie hat ihn vermissen. Sie haben ihn verhaftet! Sie haben ihn verhaftet. Sie können sie fallen. Sie können fallen. Hörsaal. Are you getting it cleared up? He looks like he dead. He looked like he dead. Look what they're trying to do right now. Look how much of them coming from your jeff. Look how much of them come in for the ambulance. They shot him like seven times. Yeah, he did. Yeah, seven times he got shot. What, the cutting up nickels? That shit is crazy. To do what though? I don't want to see this. But what they're doing there? That shit is crazy. You don't kill him to the hospital. That shit is crazy. He dead, he dead. Yeah, he already dead. He looks like a Spanish guy though. That's crazy. Wow. He looks like a Spanish guy. He's dead, he's dead, he's dead, he's dead when he's lying down there, you know? He's dead when he's lying down there. Yo, they really shot this guy like seven times. Seven times he got shot. God. Yeah. Yeah. Yeah, great. Nein, er ist nicht mehr, denn er ist tot, das ist es. Das war's, das war's, das war's.